Ja, Hallihallo und willkommen zurück, ihr lieben Geister-Wahnsinnigen und Daniel ist auch dabei. Wir haben jetzt versucht, weil in der letzten Folge war es ja so, dass wir die Prozentsahl nochmal angezeigt bekommen. Wir haben es nicht hingekriegt. Jetzt habe ich todesmutig einfach mal das Spiel beendet, nochmal neu gestartet und jetzt wirft uns einfach im nächsten Kapitel raus. Das heißt, somit jetzt hier im Menü und wir machen weiter, gell Daniel? Ja, der Geister-Wahnsinniger ist der im Nebensatz erwähnt, wird es auch dabei. Ja, du bist ja das ganze Let's Play dabei, ist ja nicht so, dass es O-Überraschung gegangen ist. Ja, ich bin im Menü, ich habe es schon gelernt. Ja, bist du. Ist Nathan okay? Dann sehe ich ihn dann wieder. Oh, ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter, viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal. Okay? Jetzt wird geschlafen. Muss ich wieder nach links und rechts drehen? Mhm. Ähm. Hast du wieder deinen tollen Klapper-Affen dabei? Ich kann nicht steuern. Was geht, hä? Ja, das hatte ich doch auch schon mal irgendwann, ne? Dass das mit der Steuerung irgendwie erst nach 20 Minuten quasi funktioniert hat, ungefähr. So, probier's nochmal. Ja, jetzt gehst du. Na, guck. Na, guck. Das ist ja merkwürdig. Und nach rechts. Und nach rechts. Ja, du kannst ja nicht schlafen, also komm. Und nach rechts. 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 Schalten ist... Naja. Wo ist er denn jetzt? Komm, geh mal zum Süßigkeitenautomat. Du möchtest doch was zu knabbern, oder? Hayden? Süßigkeiten. Was möchten wir denn? Shaved, was? Was? Rasiert ist was? Shaved Parmesan? Ist das richtig? Die haben hier Käse drin? Ach, das kannst du... Nee, da unten sind... Hä, ist das so ein Fertigessen? Nee. Und dann in die Mikrohülle reinballert oder so? Für ein Euro? Snack, Assorted. Assorted ist doch irgendwie aussortiert oder sowas, oder? Was ist das hier? Strawberry... Was? Baking? Nee. Biscuit. Biscuit. Genau, sowas haben wir hier noch. Irgendwas sind es 1902. Ich weiß nicht, ob das noch haltbar ist. Aber ich krieg da nichts raus. Hast du mal eine Mark dabei? No. Oh, Eis haben die glaube ich auch hier unten. Guck mal. Na gut. Das ist total vertrauenswürdig. Ich weiß nicht, ob ich auch was möchte. Weißt du, was ich mich immer frag? Die können immer durch Wände und Türen. Warum fallen die eigentlich nicht durch den Boden? Okay, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ist aber gar nicht mal so blöd. Ich meine, das ist eine legitime Frage, finde ich. Ja, wie da, also okay, soll ich da lang, ja? A122. Das ist nicht A38 ist? Ach, das ist das Vorzimmer. Wir müssen doch gleich rauskommen. Das ist Berufung und Doktor. Hast du geweint? Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Er hat mitbekommen, also er hat erfahren, dass seine Frau und Tochter tot sind. Ich glaube, das ist schon ein Grund zum Weinen. Vielleicht können wir eben ja eine Gute-Nacht-Geschichte verlesen. Oh. Hä? Ach so. Moment mal. Nee, ich glaube, du musst... Soll er jetzt doch? Ja. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar hat es jetzt irgendwas gemacht. Nicht weinen, Daddy. Oh. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Bitte. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Die beiden fehlen mir. Die beiden fehlen mir. Kann das sein, dass er durch diese Aktion den Entschluss gefasst hat, okay, wenn es möglich ist, mit denen zu kommunizieren, dass er mit aller Gewalt dieses Projekt so vorantreibt und alles riskiert und alles macht, damit er mit seinen Frauen und Kind wieder reden kann? Ja, das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, ja. Toll. Der Kondensator in Katsistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Nixer, die zerstören wir auch noch. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Ziemlich amerikanisch. Neue Welt. Erobern! Ja, und alles was wir finden, werden zu Waffen unfunktionieren, damit wir auch ja alles unterjochen können. Schau mal, sieht aus wie ein Pirat jetzt. Ne, das sieht aus wie bei den Avengers. Wie heißt der? Der Nick Fury. Ja, okay. Hat der nicht eine andere Hautfarbe? Er ist ein Mensch. Was schon? Vor allem durch den Film ist... Also... Das ist sogar die richtige Seite. Äh, zynisch. Komm, wenn's zynisch geht, dann immer zynisch. Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus. Mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Oh Gott. War die falsche Antwort. Aber unser Einsatz, er war... Er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Das hat er von Anfang an bei... ...gesagt zu dir. Was wirst du jetzt tun? Dass das das Ziel ist. Jetzt tu mal nicht so überrasch. Ja, komm. So weit von hier weg gehen wie möglich. Und vielleicht vergessen, wie mies mein Leben bisher war. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonsen-Auto, Golfspielen. Ich hab noch nicht ja gesagt, aber natürlich... ...denk ich drüber nach. Hör mal. Jodie, ich... ...ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich hab sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Warum will das Spiel unbedingt, dass wir da zusammen verkuppelt werden? Ich meine, nach allem... ...nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Es wird kein Happy End ergeben. Nein! Richtig. Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Essen sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich hab ein Single Malt bei mir stehen. Ein feines Städtchen. Kommst du gleich nach? Äh, nein. Ich sollte lieber... Sowas trägt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was. Ich such dich dann, okay? Ich glaub, sie haben gerade alle ein Whisky nötig. Weißt du, der Typ... ... der hat alles nur gemacht, um seine Karriere voranzutreiben. Und jetzt denkt er, jetzt holt er sich noch mich wieder zurück... ... und hat noch das Sahnehäubchen. Das kann er vergessen. Mhm. Manche Entscheidungen sind schwer, Jodie. Ach, das ging gar nicht. Ich will das jetzt auch noch überreden, ja? Immer haben die anderen für mich bestimmt. Richtig. Wird Zeit, dass ich meine Entscheidungen treffe. Du nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Wenn's nach mir ging, hätte ich den anderen Soldaten gesagt... ... das andere Auge auch gleich mitmachen. Das ist so wirklich gerade witzig, wie das Spiel reagiert. Ja, mit all der... Nein, nein, nein. Ja, mit all der Gewalt. Aber vielleicht jetzt? Vielleicht jetzt? Hast du's dir alles überlegt? Es ist echt so dieses Typ... Also, es ist wirklich dieses Klischee amerikanische Filmzeugs. Am Ende muss es doch wieder so ne... ... so ne Love Story sein. Vergiss es! Nein, das Thema ist durch. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hol ich dich wieder ab. Okay. Als ob jemand im realen Leben... ... wenn er permanent sein Leben lang verarscht wird von jemandem... ... sagt, okay. Pass auf. Ja, komm, jetzt kommt dieser Mastermind-Moment, oder? Dass er eigentlich der... ... Strippenzieher war, überall. Ja, bitte! Ja, dann geh doch rein. Wie er schon da sitzt. Wie der, ähm... Wie aus Mass Effect. Ja, der... Das ist wie so ein Epilogue-Moment gerade, oder? Wo du jetzt noch zu einmal zu dem gehst, um mit ihm zu reden. Naja, und er sagt, ja, ich bin das Böse grundsätzlich. Und alles war von mir geplant. Und äh... Bla, bla, bla. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich hab meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht... Dann haben sie ihr Wort wieder gebrochen. Du existierst nicht länger. Hört sich auch nicht gut an. Gehst du jetzt aus dem Gebäude raus? Zack, abgeknallt. Achso, kann das nicht. Uh, nein, wirklich. Haben sie mir ihr Wort gehalten. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Naja, das ist auch nur Taschengeld, oder? Bei dem Einsatz. Ich habe jetzt deswegen das so gemacht. Dann ist es mal denen wieder was schuldig. Bevor du gehst... Habe ich noch eine letzte Bitte an dich? Möchtest du nochmal nach Hause telefonieren? Sag nicht, dass er nochmal mit sein... Das ist meine Frau. Und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren. Wollte ich ja auch sterben. Ich weite viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kommst ja du. Und ich habe erkannt... Sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Hoch ist Fenster. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Sieht eher so aus, als ob die Hilfe schreien. Ja, dann. Ja, ich glaube, das sieht nie aus, wenn die freiwillig da wären. Ja. Was für beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jodie. Äh... Äh... Wollen wir es machen? Nein, oder? Gib mir deine Hände. Äh! Was? Gut, danke für die Auswahlmöglichkeit. Moment mal, kann ich da nochmal... Kann ich nochmal so... Das Büro ist bei deinem... Nee, ich wollte da nochmal da reingucken, ob ich bei denen irgendwas höre oder sowas. Das wäre jetzt aber schon unpassend, wenn sie das durchzieht. So, wie war das jetzt noch gleich? Also ich habe jetzt eh keine Wahl, ne? Scheinbar nicht. So, wie muss das gehen? Kannst du es auf ihn lenken, Apropos? Ja, ich denke mal, das muss ja. Nee, auf ihn. Nicht auf dich. Ja, ich wollte ja, aber das hat dann sofort getriggert. Ich habe keine Ahnung. Okay. Helen, mein Schatze. Ich habe dich so vermisst. Lass uns gehen, Nathan. Du tust uns weh. Wir wollen endlich gehen. Lass uns los! Du... Du lügst. Helen hat das nicht gesagt. Du warst das. Du hältst sie hier fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du... Wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts. Verstehst du mich? Gar nichts. Wie Polnese. Ich hoffe, du findest Frieden. Ich hoffe, du findest, dass sie wieder bei mir sein können. Kannst du mal reingucken? Er steht da und macht nichts Ah ja, ist der liebe Doktor ein Geisterquäler Was ich mich jetzt gerade frage, wie hat der die in die Maschine da reinbekommen? Also eigentlich Du, also jetzt erfordert das dann eine logische Erklärung Das kannst du vergessen Ich meine wir reden hier von irgendwelchen Geisterastralwelten Also da ist alles möglich Ja, also Ja, 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 ja Also das Das gehe ich jetzt mit meinen Gehirnwindungen nicht zusammen Er hat einfach beim Astralkurier eine Anzeige aufgemacht und hat gemeint, bitte die Familie so und so hier sich hier melden. Castling. Für einen Werbevertrag. Dann kam sie an. Oder er hat Geisterkopfgeldjäger engagiert, der sie dann da reinsperrt. Man weiß es nicht. Oder auf der Maschine mal ihre Namen getanzt oder sowas. Ja, wo müssen wir denn überhaupt gehen? Warte mal, kann ich die Kamera kaputt machen? Warte mal, die Kamera kaputt machen. Warum sollst du denn die Kamera jetzt kaputt machen? Weiß ich nicht, weil sie da hängt. Geht nicht. Verdammt. Ich hab mich aber so schon dran gewöhnt, Kameras kaputt zu machen. Ich wollte jetzt noch eine Kamera kaputt machen. Du kannst auch irgendjemanden übernehmen und Amok laufen. Vielleicht ihn? Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Da schon mal nicht. Okay. Eigentlich solltest du noch den Kollegen da anrufen, oder? Welchen Kollegen? Na der... Wie ist der noch gleich? Der Dunkelhäutige da. Hä? Wieso haben wir... Was haben wir denn jetzt mit ihm zu schaffen? Ja, siehste mal. Ole, ole, ole. Welche Überraschung. Hi, Jodie. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, war ja klar. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können sie nicht gehen lassen. Ach, wirklich? Töten können wir sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir killen euch alle? So wie die Mama, oder? Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Ach, come on. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Also es wäre auch egal gewesen, ob wir den Umschlag annehmen oder nicht. Die Frage ist jetzt, wenn... Wenn wir doch tatsächlich die Romanze angegangen wären, ob der dann hätte was machen können mit Ryan. Ach. Aufgeschissen, wir machen das selber jetzt. Aiden? Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir nicht. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wofan redest du bloß. Was Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Ja genau, jetzt wird es noch schlimmer. Vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Zeit. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles, alles wird gut ausgehen. Das sind meistens die letzten Worte, bevor irgendwas passiert ist. Mhm. Ich darf dich befreuen? Ja, Aiden, mach mal. Ich sag dir, du kannst den Idioten nicht trauen. Das ist unfassbar. Du schaffst das nicht, Aiden. Doch. Doch, doch, doch. Glaub mal an mich. Du hast auch was anderes. Tja, wo? Hol Hilfe. Oh nein, ach Mom schon. Nicht ihn jetzt. Wie das Spiel ist mit aller Gewaltversuch. Wo ist der Rest vom Team? Blinzert, nek? Nein, nein. Da in dem Raumfahrer, da links. Ja, ja, ja. Warte mal. Das ist... Hä? Aber ich bin doch nach oben gestiegen. Was ist denn da? Ach, der soll wahrscheinlich den Aufzug dann rein. Ach, komm schon. Wo ist er denn noch gleich? Moment mal. Kann ich vielleicht ihn um Hilfe bitten? Nein, den möchte ich nicht. Den möchte ich nicht. Warte mal, wir rufen mal an. Moment. Cole hier. Aiden hier. Könntest du mal bitte Joe rüberfreien? Hallo. Ich glaube, ich habe eine schlechte Verbindung. Du warst noch nie der wortreichste Geist. Nein, nein. Ihn wollen wir nicht. Ihn wollen wir nicht. Ja, das wird eh der Hell des Tages werden. Ich wusste noch was. Hä? Jetzt gar nichts mehr hier, was ich irgendwie umschubsen kann. Sag mal, die sind aber auch dämlich, oder? Die müssen doch die Zeichen eigentlich jetzt auch verstehen hier so langsam. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Ohne Jodie. Was ist los, Aiden? Wo ist Jodie? Ja, du musst ihn jetzt den Weg warnen. Zeig uns den Weg. Gegenstände, du in die Luft jagst oder so. Ja, jetzt wollen wir schauen, wo ich hier noch was finde. Gut. Und jetzt? Hä? Wie geht die Sinn? Ach, da ist eine Lampe links. Oder da? Hier lang. Okay. Gut. Wir gehen einen langen Weg. Ja, mach doch gleich das da vorne. Okay, verstehe. Das checken die nicht. Doch, klar checken die das. Da war ja schon was. Hier, Tür. Ach, da kommen wir durch. Ja, guck, die checken das nicht. Ja, bist du auch sicher, du musst ja auch da vorhin. Ja, okay. Durch die Tür. Gut. Und jetzt? Ja, wie, um jetzt Aufzug aufmachen, einsteigen, los geht's. Ach, das ist ja gar kein Aufzug. Ist da nicht die Kamera noch gewesen? Das geht immer noch nicht. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um die kaputt zu machen. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen? Ist das richtig? Nee, nee, ich soll mit dem Auto wegfahren. Ähm, wo müssen wir hin? Wir machen das halt gleich mal mit... Na, mach, lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Moment, dafür können wir sorgen. Ich bin nicht sicher. Ja, drehe ihm einfach das Knick um. Schleusen Sie ihm vorbei ein. Ach, komm schon, jetzt kannst du es nicht übernehmen. Tisch 42, hallo? Hallo. Hallo? Wie... Wie unauffällig. Ja, probiert es nochmal. Komm, auf. Das haben Sie verstanden, das Signal, ja? Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch nochmal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Als ob er die Liste bearbeiten könnte. Schnell IT, für uns zu Jody. Ja, oder nicht? IT-Sicherheit? Ja. Das ist 100%-inig gesperrte Datei gewesen. Ja. Äh, was ist das auch kaputt machen hier? Hier lang. Sind wir eigentlich... Doch, sind wir, ne? Du musst nicht jedes Schnüppelchen kaputt machen. Beim Alarmauslösen ist auch Ultra. Dann machst du halt weiter. Was soll ich denn machen? Jody ist hier? Tatsächlich. Jody ist hier? Oh, und? Ah. Jody ist hier. Jody. Sie ist raus. Komm. Nathan. Er deaktiviert das Ein-der-Maus-Feld. Was? Was? Warum sollte er das? Ja, ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Da ist es schon passiert. Das Eindämmungsfeld? Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Braust du Hilfe? Nein, ist okay. Ist okay. Ja, 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 meine Damen und Herren. Aber. Äh. Was machst du jetzt? Nein, 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 nein. Nein. Bleib doch einfach stehen. Beeilung. Beeilung. Los. Aber, aber, aber die Folge. Ja, dann mach doch hier. Also, wir machen kurz Pause, ähm, wir müssen uns noch sammeln und, ähm, ähm, sehen uns in der nächsten Folge, wie wir dann auf der Flucht sind, haha, beziehungsweise was verhindern. Da muss er warten. Bis dann.